Vollidiot, blöde Schlampe, Arschloch, wir kriegen euch. Ich warte jetzt draußen auf dich. Ich bin jemand, der gerne hilft und das wirklich alles gibt. Das ist eine Verletzung, das ist ganz tief und das tut weh. Ich bin auch ein Mensch und ich bin da und ich gehöre auch zu dieser Gesellschaft. Vergiss nie, ihr arbeitet ein Mensch.